Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit einer neuen Folge Der Panther hat gespielt. Das ist mein Gespielformat, in dem ich euch sieben Spiele vorstelle, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe und sie dann immer spontan in eine bestimmte Kategorie ranke. Ich habe hier so einen kleinen coolen Beutel, aus dem ich jetzt eins wieder dieser Lose ziehe. Und ja, wie auch jedes Mal möchte ich euch dazu aufrufen, mir eure Vorschläge für diese Kategorien, in denen ich die Spiele einranken soll, zu schicken. Schreibt einfach einen Comment, schreibt mir eine E-Mail oder eine PN irgendwo und dann schreibe ich ein kleines Los und werfe es hier in diesen Beutel und vielleicht taucht es dann irgendwann auf in einer dieser Gespieltfolgen und ich ranke eure Kategorie. Und ich würde sagen, wir fangen heute direkt mal mit einer ziemlich coolen Kategorie an. Mal gucken, was wir hier so rausbekommen. Das Los ist gezogen und die Kategorie, in der ich heute meine Spiele ranken muss, ist Verliere ich easy gegen meine Verlobte bzw. bald Ehefrau, je nachdem, wann das Video hier rauskommt. Nein, es ist noch Verlobte. Ja, okay, verliere ich easy gegen meine Frau. Da könnte ich quasi alle auf Platz 1 nehmen, aber wir sollen das ja irgendwie auch ranken. Insofern schaue ich mal, ja, wie ich das einranke. Und wir kommen tatsächlich auch direkt zum ersten Spiel. Und das erste Spiel ist ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ich habe auch schon eine kleine Einzelrezension dazu gemacht. Könnt ihr euch auch gerne hier oben nochmal angucken, inklusive einer Regelerklärung. Da könnt ihr direkt losspielen. Es geht nämlich um die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell. Ja, es ist die Duell-Variante vom sehr bekannten Die Quacksalber von Quedlinburg-Spiel. Ein Push-Your-Luck-Spiel, ein Back-Building-Spiel, bei dem wir kleine Zutaten in einen Beutel werfen. Immer nach und nach immer mehr. Und diese Zutaten haben alle eine kleine Fähigkeit. Und wir ziehen quasi dann immer diese Zutaten aus dem Beutel und hoffen, dass wir die richtigen Chips aus dem Beutel ziehen. Und nicht die falschen Chips, die quasi, ja, im Original-Quacksalber unseren Kessel zum Explodieren bringen. Und jetzt in dem Duell-Quacksalber, in der Duell-Variante, unser Elixier, was wir versuchen zu brauen, ja, verhunzen. Und, ja, in der Quacksalber-Duell-Variante ist es so, dass wir jetzt nicht mehr gleichzeitig diese Chips aus dem Beutel ziehen, sondern wir sind immer in Zügen dran. Das heißt, immer wenn ich dran bin, kann ich anfangen, aus meinem Beutel zu ziehen. Und wenn ich bis zu drei farbige Chips aus meinem Beutel gezogen habe, dann endet mein Zug, weil das quasi mein Flaschenhals meines Elixiers ist dann voll. Und der nächste Spieler ist am Zug. Und so macht man das so lange weiter, bis man freiwillig passt, weil man denkt, ah, okay, mehr farbige Chips kriege ich irgendwie nicht raus. Und ich habe irgendwie schon zu viele von diesen schlechten Chips, von diesen Knallerbsen-Chips, wie sie im Original heißen, gezogen. Und, ja, ich passe lieber und das reicht mir dann auch. Und dann geht es darum, dass wir Patienten auf unsere Seite ziehen und versuchen, diese auf unseren Marktstand, ja, zu platzieren, damit wir sie heilen können. Und wer als erstes sechs Patienten geheilt hat, der hat gewonnen. Und ansonsten gewinnt man, ja, nach sieben Runden ist es, glaube ich, wer da die meisten Patienten geheilt hat. Und, ja, es ist wirklich eine sehr schöne Variante. Ich muss sagen, das habe ich auch schon in der Einzelrezension gesagt, ich habe eigentlich nie so den Ansporn, das normale Quacksalber zu zweit auf den Tisch zu bringen, weil es dann doch ein bisschen zu viel Aufbau ist und ein bisschen, ja, zu pompös für das, was es dann am Ende ist. In großen Gruppen machen wir das aber sehr regelmäßig. Aber jetzt in der Duellvariante, super schnell aufgebaut. Man zieht schnell ein paar Rezeptkarten, man legt die Dinger auf den Tisch und ab geht's. Das geht wirklich ratzfatz. Und ich finde es auch ziemlich cool, weil die einzelnen Chips, die haben jetzt quasi alle so Sofort-Effekte. Davon gibt es ja bei dem alten Quacksalber auch so ein paar, die Sofort-Effekte haben. Aber hier haben eigentlich alle Chips Sofort-Effekte. Es gibt immer ein Rezept, was noch so einen Effekt hat, was am Rundenende triggert, der einen Effekt hat, der am Rundenende triggert. Aber sonst, ja, hat man irgendwie das Gefühl, ein bisschen schneller Feedback zu bekommen zu dem, was man da zieht. Sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Mir gefällt die Duellvariante wirklich sehr gut. Also schaut euch definitiv nochmal meine einzelne Rezension dazu an, damit ihr noch einen genaueren Einblick bekommt. Ja, denn das erstmal zu Quacksalber. Das Duell ranken tue ich natürlich erst, wenn ich auch das zweite Spiel kenne. Beziehungsweise ihr das zweite Spiel kennt. Und ab da geht es dann mit dem Ranking los. Also ich habe es nicht vergessen. Es geht um die Spiele, die ich gegen meine Verlobte easy verliere. Mal gucken, was da so kommt. Dann kommen wir zum zweiten Spiel und zwar zu Inventions. Inventions ist der neue Lazerda. Ich habe es auch hier liegen. Es ist eine riesige Box mal wieder. Man kennt es von Eagle Griffin Games. Im Deutschen wird das Ganze bei Skellig Games erscheinen. Ich habe den Kickstarter mitgemacht und habe es mir in dieser Version dann bei Kickstarter geholt. Das mache ich tatsächlich bei allen Lazerdas. Ich finde, das lohnt sich und ich finde die Komponenten sehr schön. Ich mag die Spiele im Allgemeinen und da bin ich eigentlich immer am Start. Ja, und bei Inventions geht es jetzt darum, dass wir eine Gesellschaft, ja, vielleicht nicht nur eine Gesellschaft, sondern insgesamt die Gesellschaft auf der Welt voranbringen wollen, indem wir Ideen haben. Indem wir Ideen, die wir selber hatten oder auch andere hatten, zu Erfindungen umwandeln. Also, ja, Erfindungen erfinden oder auch diese Erfindungen mit der Welt teilen. Und dann geht es darum, ja, möglichst viele Punkte zu machen. Das Ganze ist ein Workerplacer, bei dem wir eigentlich pro Runde drei Züge haben. Drei Worker, die wir platzieren können, beziehungsweise verschieben können. Und das Ganze dann über, ja, ist ein bisschen schwierig. Eigentlich sind es sechs Runden, wovon aber die sechste Runde nur die Wertungsrunde ist. Und in der ersten Runde hat man nur einen Zug. Also im Grunde genommen hat man 13 Züge oder, wenn ich es richtig, ja, 5 mal, 4 mal 3. Ja, 13 Züge hat man. Und in diesen 13 Zügen muss man tatsächlich viel schaffen. Und wir haben das Spiel, ja, Kettenzug das Spiel, äh, doch nicht genannt. Weil es ist tatsächlich einfach wieder mal ultra komplex. Also es ist verrückt, muss man teilweise sagen. Und es artet schon fast an Arbeit aus. Und es ist so fast schon noch diesen, so diesen Tick drüber vielleicht schon. Ähm, zumindest in den ersten Partien, so, dass es vielleicht am Anfang gar nicht so viel Spaß macht. Weil man da überhaupt nicht durchsteigt, was eigentlich gut ist, was nicht gut ist. Man ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei, diese Kettenzüge, die man in diesem Spiel hat, möglichst effektiv nutzen zu wollen. Und stellt dann aber immer irgendwie mitten im Zug fest, ah, nee, das geht irgendwie doch nicht, wenn ich das so machen wollte. Äh, oh, shit, ich hab doch einen Kettenzug zu wenig. Oder, oh, da darf ich meinen Worker doch nicht hinstellen. Oder, ah, da krieg ich ja gar keinen Kettenzug und so. Und gerade so in den ersten Partien ist es wirklich anstrengend, ähm, weil man nicht alle Aktionen super auswendig kennt, was man bei welcher Aktion bekommt. Man muss auf so extrem viele Sachen achten. Man muss darauf achten, dass man so Akademiker, das sind quasi solche Personen, die man als Ressourcen benutzen kann, ähm, ja, platzieren kann in seinem Haus. Weil man darf immer nur eine bestimmte Anzahl platzieren. Man muss darauf achten, wie viel Einfluss man hat, weil man dort die Ketten, weil dort die Anzahl der Kettenzüge bestimmt wird. Ähm, ja, auf diese Kettenzüge muss man achten. Man muss darauf achten, wer, welche Gegner eigentlich welche Ideen schon hatten und welche Erfindungen, welche Meilensteine brauche ich, um Erfindungen zu erfinden. Und, also, das ist, das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, worauf man jetzt achten muss von dem, was ich jetzt gesagt habe. Es ist einfach wirklich heftig, muss ich sagen. Also, ich würde fast sagen, von den Lazerdas, die ich bis jetzt gespielt habe, ist das auf jeden Fall das Komplexeste. Ich muss aber auch sagen, es unterscheidet sich von den Lazerdas, die ich bisher gespielt habe. Und das ist so On Mars, Kanban, äh, Vinyos habe ich gespielt, ähm, Weather Machine, habe ich gespielt, Escape Plan, äh, und bestimmt noch ein, zwei andere. Und ich muss sagen, von denen unterscheidet sich das nochmal ein bisschen deutlicher, finde ich zumindest, als die letzten. Also, man kann ja zum Beispiel sagen, bei Kanban und bei Weather Machine ist das Ganze alles sehr sequenziell aufgebaut. Man muss immer das machen und dann als nächstes muss man das machen und dann muss man das machen und dann muss man das machen. Und das macht man möglichst effektiv. Natürlich haben wir da auch Verzahnung, aber hier ist es halt so, ich kann eigentlich alles machen. Ich kann alles machen zu jeder Zeit. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten, im Grunde genommen, an mein Ziel zu kommen. Aber ich muss haargenau aufpassen, wie der Board-State ist. Ich muss haargenau aufpassen, was meine Gegner so machen. Also, und ich muss halt auf hunderttausend Sachen achten, damit ich auch möglichst viel aus meinem Zug rausbekomme mit diesen ganzen Kettenzügen. Und hier ist die Interaktion einfach eine ganz andere als bei anderen Lazerdas-Spielen, weil man sich tatsächlich hier auch öfter mal Punkte zuschiebt. Weil, ja, wenn jemand eine Idee gehabt hat und man erfindet die Idee, dann bekommt man zwar die Ideenkarte, aber der andere, der die Idee hatte, der bekommt die Punkte dafür. Und das ist tatsächlich, ja, relativ schwierig abzuwägen. Und das ist nochmal so eine Meta-Ebene obendrauf, die ich sonst bei Lazerdas-Spielen eigentlich nicht habe, weil ich sonst normalerweise schon eher so ein bisschen auf mich achten kann, so ein bisschen, ja, was mache ich, wie kriege ich irgendwie das Effektivste aus meinen Zügen raus, wie kann ich irgendwie viele Punkte machen. Und hier muss man wirklich aufpassen, dass man dem Gegner nicht zu viel gönnt. Das ist ziemlich krass. Und, ja, aber ich muss sagen, ja, ich habe es jetzt dreimal gespielt, eine Zweierpartie, zweimal in einer Dreierpartie. Und man kommt immer mehr rein und immer mehr rein. Ich war jetzt natürlich dreimal der Erklärer. Und bei so Lazerdas-Spielen, wenn man da nicht genau aufpasst, dass alle ihre Züge auch irgendwie regelkonform machen, weil es einfach nicht so einfach ist. Ja, es bleibt halt einfach ein bisschen wenig Zeit, tatsächlich über seine eigenen Züge nachzudenken. Aber es macht halt irgendwie trotzdem Spaß, muss ich sagen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich brauche noch so zwei, drei Partien, vor allen Dingen mit Leuten, die das auch schon ein paar Mal gespielt haben, die regelfest sind, damit ich auch richtig Spaß daran habe, mein eigenes Spiel entwickeln zu können, mein eigenes Spiel zu machen. So, und dann fangen wir mal an mit dem Ranking. Wir haben jetzt im Moment zwei Spiele, Quacksalber-Duell und Inventions. Und ja, muss ich tatsächlich einfach so einranken. Inventions verliere ich safe gegen meine Verlobte, denn ich habe es schon zweimal mit ihr gespielt jetzt. Und ich habe zweimal verloren. Sie hat zweimal gewonnen. Insofern, das ist klar, Quacksalber ist dann doch eher ein bisschen mehr Glück drin. Da habe ich auf jeden Fall mehr Chancen. Das würde ich erst mal auf die zwei setzen. Bevor es mit dem nächsten Spiel weitergeht, möchte ich euch an dieser Stelle noch mal ganz kurz daran erinnern, dass ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren solltet. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung hier freuen. Gebt gerne einen Daumen hoch, schreibt nette Comments oder auch kritische Comments. Ich bin für alles offen. Und ansonsten geht es jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Dann durfte ich eine Runde Blood on the Clock Tower mitspielen. Wir haben eine Runde online organisiert. Das kann man ja auch sehr gut online spielen. Und der gute Thomas von Better Board Games war so nett, den Spielleiter für uns zu machen, für unsere kleine Runde. Wir waren dann, ich glaube, zu neun, zu zehnt waren wir dann, glaube ich, am Ende. Ja, es müssten zehn gewesen sein. Und ja, wir haben quasi dieses Basic-Game gespielt. Blood on the Clock Tower, für, ja, wem das gar nichts sagt, das ist tatsächlich einfach so eine etwas kompliziertere, komplexere Wehrwolf-Variante, die viele Sachen von Wehrwolf übernommen hat, wie ich finde, die aber auch viele Sachen auch besser macht, aber auch immer noch viele Probleme hat, die Wehrwolf im Grunde genommen auch hat als Social-Deduction-Spiel. Und ja, wir haben uns einen Abend zusammengesetzt online. Thomas hat, wie gesagt, den Spielleiter gemacht. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Und haben es gezockt. Und ich muss sagen, es war witzig. Also es ist wirklich ein witziges Game. Es ist halt so eine Online-Oberfläche, bei dem wir, ja, quasi im Browser das spielen können. Jeder braucht eine Kamera und Mikro und dann sitzt man quasi in so einem Kreis. Man hat immer einen Nachbarn, beziehungsweise links von sich und rechts von sich, mit dem man dann auch geheim chatten kann. Man kann in solche eigenen Räume gehen, um da quasi so, ja, private Videokonferenzen zu machen, um sich zu unterhalten untereinander und Tipps auszutauschen und, ja, so ein bisschen sich auf die Finger zu gucken, beziehungsweise auf den Zahn zu fühlen. Und ja, dann ist es so, dass jeder eine eigene Rolle hat. Jeder ist quasi ein, so ein Dorfbewohner aus diesem Dorf, bei dem es ja nicht mit rechten Dingen zugeht, weil dort ein Dämon sein Unwesen treibt. Und diese einzelnen Dorfbewohner oder diese einzelnen Rollen haben dann alle eine Spezialfähigkeit. Das kann eine aktive Spezialfähigkeit sein, die man vielleicht nur einmal im Spiel machen kann oder man hat vielleicht am Anfang des Spiels bestimmte Informationen oder, ja, man hat vielleicht eher so was Passives oder man ist vielleicht auch der Dämon oder der Gehilfe eines des Dämones. Und da geht es natürlich darum, dass die Guten die Dämonen ausschalten wollen oder die Dämonen ausschalten wollen und der Dämon möchte, dass alle Dorfbewohner sterben. Und dann ist es wie bei Wehrwolf. Es gibt immer Tag und Nacht und in der Nacht kann man immer einen killen als Dämon und am Tag kann dann diskutiert werden, abgestimmt werden und dann, ja, hängen die Dorfbewohner quasi ein Menschen. Und wenn das der Dämon war, haben die Dorfbewohner gewonnen und wenn nicht, dann geht es halt irgendwie weiter. Und, ja, das ist quasi, es hört sich wirklich an wie Wehrwolf und es ist eigentlich auch wie Wehrwolf, nur dass es halt einfach unendlich viel mehr Rollen gibt. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie, ja, wenn man tot ist oder ausgeschieden ist, dann kann man halt trotzdem irgendwie mitspielen. Man kann nur seine Fähigkeit nicht benutzen. Das ist dann so ähnlich wie bei Emon Ass oder Emon Kaltest. Und, ja, und dann geht es halt einfach irgendwie darum, so ein bisschen zu deduzieren und es wird immer gesagt, dass das Spiel eigentlich, ja, so gut ist, weil man wirklich auch richtig deduzieren kann und es nicht einfach nur so blinde Anschuldigungen sind, dadurch, dass die Rollen halt bestimmt, ja, auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten sind. Und dieses Spiel hat wohl einfach einen extrem hohen Wiederspielwert, weil es halt unendlich viele von diesen Story-Chaptern gibt oder wie sie heißen und unendlich viele Charaktere. Es kommt wohl irgendwie jeden Monat ein. Charakter habe ich mir sagen lassen. Und, ja, das macht es wohl anscheinend sehr spielenswert und auch einfach diese Plattform online ist wirklich sehr gut. Man soll es wohl so mit 10 bis 12 Leuten spielen, damit es gut ist. Mit weniger macht das wohl nicht so viel Sinn. Wir waren jetzt so knapp an der Grenze halt und, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich verstehe noch nicht so ganz den Hype um das Game. Das Ding kommt ja jetzt bei Funtales auf Deutsch auch raus als, ja, Standalone-Spiel. Kostet, glaube ich, über 120 Euro, 130 Euro. Ich weiß es nicht genau. Auch ziemlich krass für so ein Social-Deduction-Spiel. Würde ich tatsächlich, glaube ich, nicht in den Sinn, also mir würde es nicht in den Sinn kommen, mir das zu besorgen. Vor allen Dingen, weil man es halt gut online spielen kann. Man braucht da zwar, glaube ich, immer einen, der so einen Premium-Account hat, aber sobald man einen hat, kann der halt den Spielleiter machen und alle können mitspielen. Das geht dann auch schon. Genau. Und, ja, nettes Game. Also ich verstehe den Hype nicht. Ich finde es so ein bisschen wie Werwölf. Es hat so seine Probleme mit auch so Anschuldigungen, die dann irgendwie haltlos sind. Je nachdem, wie die Leute das spielen, ist es auch nicht besonders immersiv oder es kann auch immersiv sein. Aber bei uns war es halt null immersiv. Es war einfach, also überhaupt nicht thematisch. Es war einfach, ja, okay, nachts wird jemand gekillt, die Fähigkeiten werden ausgelöst und tachts diskutiert man, aber da war null mit Story. 0,0. Also, ja, braucht man vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich fand es okay. Da, oder es hat Spaß gemacht, aber ich würde es, glaube ich, auch nicht unbedingt nochmal spielen wollen oder ich würde mich auf jeden Fall nicht drum reißen, dann den Aufwand zu betreiben, dann auch so viele Leute zusammen zu bekommen. Und ich glaube, es macht auch einfach mehr Spaß, wenn man die Leute kennt. Also so in so eine Public Lobby würde ich auch nicht gehen wollen, ja. Ja, das zu Blatt und The Clock Tower. Und das ist tatsächlich dann auch das Spiel, was ich safe auf Platz 3 ranken werde, weil ich, und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch am Ende auf der 7 landet, jetzt beim Ranking, weil meine Verlobte kann absolut nicht lügen. Und ich glaube, dieses Spiel, na klar, man kann es irgendwie nicht so direkt gegeneinander spielen, aber ich glaube, ich würde in jeder Partie besser abschneiden als meine Verlobte. Deswegen, ja, würde ich das erstmal auf die 3 nehmen. Dann haben wir vor einiger Zeit eine Runde Stupor gespielt. Ich hatte ja schon mal von Cash & Guns berichtet und dann auch gesagt, dass ich das mit den Pistolen bei Cash & Guns irgendwie nicht so glücklich finde und dass es ja anscheinend auch eine Harry Potter-Variante mit Zauberstäben gibt. Und die habe ich mir besorgt und die haben wir auch gespielt. Und was soll ich sagen? Ja, es war so lustig wie erwartet. Und ja, schönes Spiel, muss man sagen. Also bei Stupor ist es so, dass wir quasi Zauberstäbe haben und wir versuchen dann mit Zauberstäben unsere Gegenüber, ja, anzuzaubern oder wegzuzaubern. Und ja, je nachdem, ob man dann getroffen wird oder nicht, dann kann man sich noch schützen. Und es geht eigentlich darum, möglichst viele Punkte zu holen, indem man dann, ja, sich irgendwie wegduckt oder sich den Startspieler holt, um nochmal irgendwie einen Stab irgendwie wegzuscheuchen. Und es ist einfach ein lustiges, kleines Team-Game vor allen Dingen, weil man spielt immer in den Häusern. Also es gibt immer zwei Personen, die dann in einem Haus sind und die wollen dann zusammen, ja, Punkte sammeln für ihr Haus, quasi wie das bei Harry Potter ist. Und dann gibt es immer so kleine Schlitze, wo man seine Sachen reinsteckt, die man sich dann besorgt hat, falls man quasi die Runde überlebt hat und nicht weggezaubert wurde. Und am Ende wird dann ausgewertet, dann gibt es halt so Set-Collection, es gibt einzelne Punkte fürs Haus. Ja, ganz nettes Ding, ganz lustiges Party-Game, bei dem man einfach, ja, so auch so ein bisschen sich Feinde schaffen kann. Dann ist irgendwie Haus Slytherin gegen Haus Gryffindor und die wollen sich dann immer gegenseitig wegzaubern und das andere Haus sitzt dann da und lacht sich irgendwie kaputt. Und ja, also ein wirklich witziges Ding. Ist auch so wieder so ein Partyspiel, was man einfach zwischendurch mal machen kann. Ich muss allerdings auch sagen, dieses mit den Zauberstäben, da sind immer so Plastik-Zauberstäbe dabei, die auch alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen, aber ich weiß nicht, irgendwie so dieses Gefühl, was man hatte, wenn man diese Schaumstoff-Pistole von Cash & Guns in der Hand hatte und auf jemanden so zielt, war ein bisschen anders als dieser Zauberstab, weil bei diesem Zauberstab man auch immer dann nicht so genau wusste, gegen wen. Man konnte es auch, man kann den Zauberstab auch immer nur auf eine Weise halten. Bei der Pistole kann man immer noch so ein bisschen lustig rumspielen, ob man irgendwie so Gangster macht oder irgendwie dann dreht man die, kann man irgendwie noch ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, dieses Utensil hat irgendwie ein bisschen mehr Potenzial, das Spiel noch ein bisschen aufzulockern, tatsächlich, obwohl ich natürlich diese Pistole nicht so toll finde und diesen Zauberstab eigentlich ein bisschen passender. Ja, aber trotzdem, lustiges Game, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja, ein Glücksspiel, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir nicht im Team spielen würden, meine Verlobte und ich, dann, ich glaube, ich würde es verlieren eher, aber ich würde es, glaube ich, nicht so hart oder so oft verlieren wie Inventions und, ja, so um die Quacksalber. Ich glaube, ich würde es tatsächlich dann jetzt erstmal auf Platz 3 hinter Quacksalber einordnen, aber noch vor Blood and the Clock Tower. Dann haben wir Luminos gespielt. Luminos ist ein kleines Plättchenlegespiel von Schmidtspiele. Da habe ich mein Rezensionsexemplar besorgt, weil ich das ganz interessant fand. Ich finde ja auch immer, ja, Plättchenlegespiele gibt es zwar viele, auch von Uwe Rosenberg natürlich, dieses ist nicht von Uwe Rosenberg, aber da gibt es ja immer wieder neue Kniffe und deswegen war ich sehr gespannt auf Luminos. Und bei Luminos ist es so, dass wir kleine rechteckige Plättchen haben, auf denen immer bis zu vier Symbole vorhanden sind. Es ist immer entweder Mond, Sonne oder Stern. Und dann ist es so, wir haben eine Auslage von Plättchen am Anfang der Runde und wenn man dran ist, kann man sich genau ein Plättchen legen und das an sein Startplättchen oder an ein bereits gelegtes Plättchen anlegen. Und das macht man so lange, bis man ein Quadrat vervollständigt hat, was bestehend, ja, bestehend aus vier Plättchen. Und bei diesem Quadrat guckt man dann, welche von diesen Symbolen hat man am wenigsten, sind am wenigsten zu sehen und die Anzahl schreibt man dann auf seinen Wertungszettel. Das macht man so lange, bis entweder eine, eine bestimmte Anzahl von Wertungen in einer bestimmten Spalte oder in einer von diesen drei Spalten, von diesen drei Symbolen erreicht hat oder bis alle Plättchen leer sind und dann werden alle vollständigen Zeilen gezählt. Also quasi immer die Kombination aus Sonne, Mond und Sterne auf dem Wertungsblock. Man kriegt dann noch extra Punkte für so Marker, die man irgendwie vielleicht nicht gesetzt hat. Und noch extra Punkte, wenn man eine bestimmte Zeile erreicht hat. Ja, und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Und ich habe es tatsächlich nur einmal jetzt gespielt. Wir haben es einmal zu zweit gespielt und ich muss sagen, ich finde es richtig schlecht. Also, was heißt richtig schlecht? Ich finde es einfach ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Es ist einfach so, dass es Plättchen gibt, auf denen ein Symbol ist. Es sind zwei Symbole, drei Symbole oder vier Symbole auf so ein Plättchen. Und wenn in der Auslage ein Plättchen mit einem Symbol liegt, nimmt man das auf keinen Fall. Weil es immer besser ist, aus dem Beutel zu ziehen. Denn man darf, anstatt sich ein Plättchen zu nehmen, auch aus dem Beutel ziehen. Das heißt, es ist halt total sinnlos, ein Einserplättchen irgendwie zu nehmen. Warum gibt es diese Einserplättchen? Wenn ich immer ein Plättchen aus dem Beutel ziehen kann, was dann wahrscheinlich ein Nicht-Einserplättchen ist. Und falls es doch ein Einserplättchen ist, dann ist es zu 99,9% nicht schlechter. Weil wenn man ein Einserplättchen irgendwo dranlegt, man hat genug Optionen. Wenn man sich halt ja so ein Quadrat erschafft, dann hat man immer irgendwo eine Option, wo es irgendwie ordentlich ranpasst. Und so ist es dann so, dass wir relativ knapp gepunktet haben. Also einer hatte 54, einer hat 52 Punkte. Und wir hatten eigentlich bei jeder Wertung immer drei oder vier Symbole auf einem Quadrat. So, dass wir uns dann auch immer aussuchen konnten, welches Symbol wir irgendwie nehmen und welches Symbol wir werten. Und so haben wir eigentlich immer alles super gleichmäßig gewertet. Keiner ist irgendwie gerusht, was auch nichts bringt, weil man ja die Punkte gar nicht bekommt, weil man mit einer in einer Spalte extrem viele Wertungen hat und in den anderen nicht. Und also irgendwie, weiß ich auch nicht, es wirkte so ein bisschen sinnlos oder so ein bisschen auch viel zu simpel, viel zu leicht. Man hat viel zu viele Optionen. Man kann eigentlich immer quasi sich einigermaßen gut durchrechnen, wo welches Plättchen hinpasst und dann am Ende ist es einfach Glück, ob man, wenn man dran ist, ein Vierer Plättchen zieht oder ein Dreier Plättchen und dann hat man noch so Marker, die man halt auf diese Plättchen drauflegen kann, die irgendwie drei Punkte geben. Die sollte man auf keinen Fall verwenden, weil die sind halt drei Punkte wert und geben halt ja maximal irgendwie einen Punkt mehr, wenn man sie irgendwo drauflegt. Weiß ich auch nicht, was das soll. Also finde ich totaler Quatsch. Irgendwie wirklich nicht gut, muss ich sagen. Hat mir leider wirklich überhaupt nicht gefallen. Schade, hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr versprochen von. Und ja, zu dem Einranken. Ja, es ist ein bisschen weniger Push Your Luck, es ist ein bisschen weniger Glück als Quacksalber und es ist aber nicht so hart wie Inventions. Ich habe knapp verloren. Ich glaube, in den nächsten Partien würde es vielleicht ähnlich aussehen oder ich gewinne mal knapp. Ist auch fast schon so eine 50-50-Chance. Hm. Ich glaube, ich würde das... Ich würde das... Nach... Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, ich würde es... Ja, ich platziere es erstmal auf Platz 2 hinter Inventions. Ja. Das ist mein Ranking. Erstmal für Luminor. Dann durfte ich eine Partie Age of Steam mitspielen. Das ist ja ein schon etwas älteres Spiel, ein Eisenbahn-Spiel von Martin Wallis und... Ja, wow. Richtig geil, muss ich sagen. Also es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Bei Age of Steam ist es so, dass wir jeder eine Eisenbahn-Company spielen. Das ist wirklich sehr straightforward. Am Anfang können wir Aktien verkaufen unserer Company. Das ist einfach, wir können uns Geld holen beziehungsweise Geld leihen, was wir am Ende der Runde wieder zurückzahlen müssen. Aber wir können diesen Marker nicht wieder zurücknehmen, sondern wir erhöhen dadurch quasi unsere laufenden Kosten für den Rest des Spiels. Dann können wir um die Spielereihenfolge bieten und dann können wir mit Workern bestimmte Aktionen verbessern. Also da können wir oder wir können sagen, wir wollen eine bestimmte Aktion als erstes machen. Dann als nächstes können wir Strecken bauen. Man kann immer drei Strecken bauen, außer man hat sich so eine Extraaktion geholt. dann versucht man auf dem Plan Städte zu verbinden. Auf diesen Städten liegen verschiedene Güter verschiedener Farben. Dann kann man in der Güterbewegung versuchen, diese Güter über seine Strecken zu transportieren zu diesen Strecken und je nachdem, wie viele Güter man über wie viele Stationen transportiert hat, bekommt man dann Einkommen und dann bekommt man sein Einkommen ausgezahlt, muss die Ausgaben zahlen und dann geht das quasi in die nächste Runde und dann, ja, baut man sich Runde für Runde da sein Netzwerk von seinen Strecken von Stadt zu Stadt. Man kann neue Strecke, neue Städte auch gründen, man kann seine Strecken unterteilen, man kann sich auch irgendwo ranzecken, also man kann auch überbauen, um dann vielleicht noch ein anderes Teil zu legen und so. Ja, das ist ein wirklich sehr cooles Network-Building-Spiel, Netzwerk-Building-Spiel, Netzwerk-Bauspiel. Es ändert mich tatsächlich so ein bisschen natürlich an Brass, es ändert mich aber auch so ein bisschen an Hansa Teutonica. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber es ist auf jeden Fall deutlich geiler, muss ich sagen, als Hansa Teutonica. Und wir haben natürlich so die Vanilla-Variante gespielt, also wir haben keine Erweiterungen drin gehabt oder so, ist dann noch ein bisschen glücksabhängiger, als wenn man das mit Erweiterungen spielt, weil man fast keinen Einfluss darauf hat, wann welche Güte auf welche Städte kommt. Das wird über so ein Würfelmechanismus gemacht. Ja, aber mega Spiel, also es hat mir richtig Spaß gemacht, es war auch eine super knappe Partie, ganz knapp habe ich mit einem Punkt nicht gewonnen, richtig, richtig cool, also muss ich sagen, und auch so die Interaktionen bei dem Spiel sind halt cool, also und dann versucht man sich, sieht man halt, okay, der und der hat das Netzwerk, er könnte die und die Waren irgendwo hintransportieren, ich will aber auch diese Waren haben, ja okay, dann biete ich ganz doll um den Startspieler, damit ich mir dann quasi die Aktion holen kann, bei der ich als erstes Güter bewegen kann, dann kann ich ihn die irgendwie wegnehmen oder ich baue mich irgendwo ran oder blockiere ihn irgendwo mit meinen Strecken, also richtig, richtig cool, da kann man richtig viel machen, macht mir unglaublich viel Spaß, ich würde es gerne noch mal spielen, dann vielleicht auch mit der einen oder anderen Erweiterung, ich hoffe, dass wir das irgendwann noch mal schaffen, ja tolles Game, also wirklich eines dieser Martin-Wallace-Spiele, die ja ein bisschen älter sind, bei denen die Martin-Wallace-Spiele noch gut waren, tatsächlich von den neuen Spielen haben mir ja nicht so viele gut gefallen, so das letzte, was ich tatsächlich auch gespielt habe, war Tinders Tale und das fand ich auch mäßig, sag ich mal, aber ja, so Brass und Age of Steam sind natürlich richtig geile Games, ja, Age of Steam und da das so Netzwerk-Bauspiel ist, muss ich sagen, dass das wahrscheinlich, dass ich das wahrscheinlich sehr hoch ranken sollte, ich habe es natürlich nicht mit meiner Verlupen gespielt, ich habe es woanders gespielt, aber ich glaube, wenn wir das gegeneinander spielen würden, würde ich glaube, vielleicht ein bisschen schlechter aussehen als bei Inventions sogar, weil es halt so ein Netzwerk-Bauspiel ist, aber ich glaube, ich würde es auf die Eins ranken als erstes. Und als letztes möchte ich euch vom Spiel Harmonies erzählen. Harmonies ist, ja, in aller Munde, ich habe es jetzt auch endlich mal mitspielen können, ein Spiel vertrieben von Asmodee von Liebelut, heißt die Spiele, Schmiede dort, glaube ich, das sind auch die, die Dixit gemacht haben und ja, Harmonies ist so ein bisschen so eine Mischung aus Azul, Tiny Towns und Dreamscape, würde ich sagen. Also es geht darum, dass wir so ein kleines Tableau haben und auf diesem Tableau können wir Landschaftsplättchen legen, das sind so kleine Holzplättchen oder so kleine Holzmarker und dann ist es so, dass wir am Anfang, ja, wenn wir in der erweiterten Version oder in dieser bisschen schwierigeren Version spielen, haben wir am Anfang so eine Zielkarte, die uns ja noch so einen schönen Punkte-Effekt bringt, wenn wir die erfüllen und ansonsten liegen immer in der Mitte Zielkarten aus und wir haben so ein Tableau mit immer jeweils drei Steinen auf den Ecken, wo wir quasi immer dann, wenn wir dran sind, die drei Steine nehmen können, so ähnlich wie bei Azul diese Teller, von denen wir die Steine nehmen können und dann müssen wir diese Steine auf unser, auf unser Tableau hier bauen und wir wollen dann möglichst, ja, bestimmte Arten von, von, ja, solchen Gebirgen und Blumenwiesen und so weiter und Bäumen auf eine bestimmte Art und Weise bauen, also zum Beispiel Gebirge wollen wir immer in einer Kette bauen oder möglichst hoch, weil wir dann viele Punkte bekommen, so Wasserlandschaften wollen wir immer in so einer Kette bauen, so wie bei Cascadia, das hat auch ein bisschen Anleihen von Cascadia mit den Zielkarten, mit dieser Zielkarte tatsächlich, wir haben Bäume wollen wir möglichst hoch bauen mit möglichst viel Holz darunter Städte wollen wir auch immer auf bestimmte Dinger bauen, aber immer einzeln irgendwie oder immer so Zweiergruppen, Blumen wollen wir auch immer in Zweiergruppen bauen und so weiter, also wir wollen so bestimmte Muster auf unserem Board haben, um Punkte zu erlangen über die Standard-Zielkarte und dann wollen wir aber auch immer noch die Punktekarten, die wir uns schnappen können in unserem Zug, auch noch zusätzlich erfüllen, indem wir, ja, die Muster, die auf diesen Punktekarten abgebildet sind, mehrmals erfüllen und mehrmals auf unserem Board so wieder bauen und dann müssen wir immer so ein Cube auf diese Dinger legen, damit wir die nicht mehrfach benutzen können und dann kriegen wir dadurch auch nochmal Punkte und dann geht es eigentlich darum, dass wir, ja, diese Steine möglichst so ziehen, dass wir die allgemeine Zielkarte wirklich gut erfüllen und wirklich so gut bauen und dann wollen wir aber uns immer noch Zielkarten nehmen zusätzlich, die dann besonders gut dazu passen zu dem, was ich da gerade sowieso schon auf meinem Tableau habe und gebaut habe, weil wenn ich es andersrum mache und sage, okay, ich nehme mir erstmal Zielkarten, dann gucke ich mal, was ich ziehen kann und wie ich es dann baue, dann habt ihr schlechte Chancen, weil, ja, man zieht eigentlich nie das, was man genau braucht für eine Zielkarte, sondern man nimmt sich die Zielkarten für das, was man sowieso schon irgendwie gebaut hat. Ja, sehr schönes Spiel, man macht auch so ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, damit man sich nicht super schnell alles verbaut. Ist tatsächlich nicht so meine Art Spiel, ich finde es okayisch, ich mag, glaube ich, Asul lieber, bei der ich nur diese, ja, da habe ich halt nur diese 2D-Perspektive, jetzt hier, wo ich dann auch noch gucken muss, dass ich irgendwie nach oben hin baue, da komme ich überhaupt nicht mit klar, tatsächlich, aber macht Spaß, ist wirklich sehr kurzweilig, dauert eine halbe Stunde, so eine Partie, kann man immer mal wieder zocken. Ja, schönes Spiel, ich muss sagen, ich war halt auch leicht verwirrt, als ich, ich habe mir natürlich den Asmodee-Katalog angeguckt, mit den Neuheiten und so, und da war das auch schon drin und ich habe es halt gesehen und ich habe halt das Cover gesehen und ich dachte so, hm, ne, finde ich irgendwie, sieht aus wie ein Kinderspiel, habe ich irgendwie, spricht mich halt überhaupt nicht an und auch jetzt, wo ich es angeguckt habe, also wenn ich das Cover sehe, ja, es sieht wirklich, es sieht wirklich schön aus, muss ich sagen, es sieht wirklich schön aus, aber es sieht halt aus wie ein Kinderspiel und es ist absolut kein Kinderspiel, es ist wirklich ein gutes Spiel und ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich Chancen auf Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres hat, weil es dieser, dieser 3D-Kniff und mit diesen Zielkarten, diese, es findet quasi nichts neu, aber es hat einfach richtig viele coole Sachen aus richtig vielen coolen Spielen, die in der Vergangenheit wirklich erfolgreich waren, ähm, ja, aber warum, warum, warum ist es Harmonies, also auch mit diesen sehr abstrakten Geländearten, ich glaube, wenn man da noch ein richtig, ein bisschen geileres Thema drauf gemacht hätte, ein bisschen sprechenderes Thema, vielleicht sogar ein abstraktes, vielleicht wäre auch sogar ein abstraktes Game irgendwie besser gewesen, ähm, ja, weiß ich nicht, ist aber auch nur persönliche Meinung, bei mir ging es halt deswegen komplett unter und ich habe es mir nicht angeguckt, hatte es nicht auf dem Zettel, ähm, ja, aber jetzt habe ich es ja mitgespielt und kann euch sagen, es ist wirklich ein richtig gutes Game. So, und wo ranke ich das ein? Ich rank's safe auf die 1 ein, weil das ist wirklich eines dieser Spielmechanismen oder das sind eines dieser, ganz viele Spielmechanismen eigentlich, die ich absolut überhaupt nicht verstehe, die ich überhaupt nicht checke, dieses erstmal, dass ich mir vorstellen muss, wo ich welchen Stein hinlegen muss, damit ich irgendwas richtig gut erfülle und dann auch noch irgendwie dieses in die Höhe und dann muss ich das mit Zielkarten verbinden, da schalte ich tatsächlich ab, das kriege ich nicht hin und da weiß ich, dass meine Verlobte definitiv viel besser da drin ist, äh, das hat man auch gestern bei der Partie gesehen, ich war weit abgeschlagen, ähm, ja, daher Harmonies auf die 1, das ist auf jeden Fall jetzt in dieser Folge das Spiel, was ich am ehesten oder, ja, easy gegen meine Freundin verlieren würde, gegen meine Verlobte verlieren würde ähm, und das dann zu dem fertigen Ranking. Ja, und das war's heute mit den sieben Spielen, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck über die Spiele geben, ihr wisst so ein bisschen, ja, was vielleicht was für euch sein könnte, vielleicht habe ich die eine oder andere Meinung von euch auch bestätigt oder ich habe irgendwie auch eine andere Meinung zu einem Spiel, äh, zu dem ihr irgendwie, ja, was ihr vielleicht gar nicht mögt oder was ihr super mögt, schreibt gerne mal in die Comments, ob ihr das so ähnlich seht wie ich, jetzt zu den Spielen, die ich heute vorgestellt habe und ansonsten denkt auf jeden Fall daran, hier Kategorien vorzuschlagen in den Comments oder per Mail oder per PN oder Insta, wo auch immer ihr mich erreichen könnt, da werdet ihr schon einen Weg finden. Ich bin sehr gespannt, äh, was hier auch noch so alles drin ist. Ich habe die auch nicht alle selbst geschrieben, ich habe so ein paar selbst geschrieben, aber ein paar hat meine Verlobte geschrieben, ein paar von euren Kommentaren habe ich auch schon hier mit drin. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was da nächstes Mal bei rauskommt und, ja, falls euch das Video gefallen hat, nochmal die Erinnerung, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch keine weiteren Brettspielvideos hier mehr verpasst und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier zwei Vorschläge, einmal, ja, schaut einfach mal die Rezension hier von Quacksalber von Quedlinburg euch das Duell an. lohnt sich auf jeden Fall. Kurzes, knackiges Video dazu und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist das auch für euch ganz interessant und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!